Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny, wir reiten Richtung Sonnmuttergall. Es ist fast wie schweben, ich fühle das Leben durch meine Extensions. So, meine Sachen hier gerade mal abgeholt. Warte mal, da kann ich ihm doch gleich mal hier meine, meine Ding anziehen hier. Guck mal, ein bisschen posen damit. Oh, guck mal hier, was Darky hat. Das habt ihr nicht, ne? Naja, das habt ihr nicht. Die Dunja und die Holly. Mit ihren Quartern. Naja, so ist das. Warte mal, ich will mich wieder umziehen. Sonst läuft Sabrina Daukel wieder im selben Outfit wie ich. So. Was machen wir denn? Wollen wir mal ein bisschen Rennen machen? Ich mach mal Chats auf. So, global. Packy ist on. Abigail schreibt das gleich wieder jedem hier. Guck mal, ich hab eine Gruppenindadung von Dunja. Die nehm ich mal nicht an. Freunde, wir schreiben da die Autumn, die Liv. Hi Mandy. Ich schreib mal Hi. Nein, ich schreib Howie. Abigail schreib mal Hi. Und die Autumn natürlich, die ist auch jeden Tag da. Hallo. Hallo. Was machen wir denn jetzt? Irgendwann könnte man ein bisschen entweder Mission machen. Oder so zumindest ein bisschen Racing Time machen. Aber da müsste ich, glaube ich hole ich dann Money Boy wieder raus. So, glaube ich, gehe ich mal eben. Oder ist es irgendwie ein Championat? Fire Groove. In einer halben Stunde. Tun wir mal weiter hier. Packy kann ich in die Gruppe? Nein, Mira. Die Gruppe ist leider voll. Kannst du einen Freund löschen? Nein. Das kann ich nicht. Kannst du mir bitte FA schicken? Nein. Ich kann dir keine FA schicken, weil meine FA voll ist. Packy löscht keine Freunde. Exakt. Das macht Packy nicht. Ja, du bist deine super Reiterin. Meine Superin. Ich bin deine Superin. Naja. Ach nee, warte mal. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Packy kannst du. Wer hat gesagt, ich soll warten wegen Stream? Packy kannst du warten, bis ich auf den Stream schaue? Bitte. Layla Skyblanket. Ja, klar kann ich warten, Layla. Wo ist denn Layla? Ist Layla schon bereit? Da ist sie, Layla. Schau später in YouTube. Du. Such. Einfach bei Google danach. Ist doch nicht so schwer, den. Ja, siehst du. Geht doch. Ist doch easy peasy. So. Dann können wir ja mal weitermachen. Ich hatte gesagt, wir gehen mal fix zur Galoppstrecke. Guck mal, jetzt ist irgendwie jemand hier aus der Gruppe rausgegangen. Den kann ich jetzt dann nochmal, den kann ich denn da nochmal dafür einladen. Hier, warte mal. Hier die, da war sie doch gerade. Nicht die Luisa, sondern hier die andere wollte ich doch gerade einladen. Hier, sieh, sieh, die da. Hier, sieh, die Layla. So. Ach, sie ist bereits in eine... Wer hat denn da gefragt? Peggy, kann ich in deine Gruppe? Die Mira. So, dann kommt sie in die Gruppe. Die Gruppe ist voll. Wer hat denn jetzt Dunja eingeladen? Wer hat Dunja eingeladen? Wer hat Dunja eingeladen von euch? Haha, zugeben? Ha? Da hat jemand ganz lieb gefragt, ob er in die Gruppe kann. Ne? Und dann laden wir lieber Leute ein, die ganz lieb fragen. So, seh ich das. Kann ich in deine Gruppe, Peggy? Kann nicht alle Rennen mitmachen. So, so. Die Gruppe ist leider voll Mira. Sorry. Da hat derjenige Schuld, der Dunja eingeladen hat. Aber schon okay. Dunja ist okay in der Gruppe. Oh, okay. Guck mal, wie sie schreit. Guck mal, wie sie gleich schreit. Schon ein gewisses Aggressionspotenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Naja. So ist das. So ist das mit den, mit den Jungspunden heutzutage. Immer unter Strom. Immer aggressiv, ne? Ja, ja. Ne, warte, zu Mali. Ja, wir machen erstmal so. Wir machen so. Und Mali machen wir dann später oder sowas, oder? Wann ist denn... Eine Viertelstunde ist Dings... Championat. Das nehmen wir nochmal mit, oder Leute? Nehmen wir das Championat noch mit? Ich habe heute nicht so ultra lang Zeit. Also ich muss so um vier, halb fünf... Na, halb fünf wird mir schon fast zu spät. Also so Viertel nach vier... Muss ich auch schon wieder Schluss machen, weil ich muss dann noch... Äh... Grillen. Ja. Ist so. Ähm... Deswegen... This way. Komm, wir machen jetzt hier ja den... Den Ding hier. Seid ihr alle da? Wir warten schnell noch auf die Nachkömmlinge. Äh, auf die... Also auf die Leute, die halt nachgekommen sind. Nachkömmlinge. Ich, äh... Scarlett, ich lasse doch Dunja. Ich mache doch nur Spaß. Und das ist das Problem mit den SSO-Spielern. Die verstehen keinen Spaß. Und die verstehen keine Ironie. Und die verstehen keinen Sarkasmus. Bei denen ist... Das ist echt... Das müssen... Aber das liegt wahrscheinlich... Erstens daran, dass es... Äh... Am Alter und am Geschlecht. Und an der Kombination daraus. Und es sind ja auch nicht alle so. Ja, also ich sage ja auch... Ich schere ja nicht über einen Kamm. Ich sage mal so, es gibt einige... Star-Stable-Spieler... Äh, die sind natürlich auch... Nicht-Star-Stable-Spieler. Aber es gibt halt einige Leute... Die, äh... Ironie und Sarkasmus nicht verstehen. Und ich bin... Und das müsstet ihr mittlerweile wissen schon... Ein bisschen ein sarkastischer Mensch. Und ich gebe gerne mal einen dummen Spruch ab. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwas böse meine... Oder irgendjemanden hate. Aber... Da wird gerne mal überreagiert. Und deswegen gibt es immer Streit auf Star-Stable. Ihr seid alle selber schuld, wenn ihr euch gegenseitig immer streitet. Naja... So ist das. So ist das. Wer ist da in den Club gekommen? Die Steffi. Warte mal. Die war vorhin auch schon online. Da muss ich gleich mal high schreiben. Das gehört sich dann so. Hallo. So. Ich habe im Stream ganz immer gern auch den Chat offen. Damit ich halt... Äh... Weiß, was... Was los ist. Ja, ja. Die Scarlet sagt, es war nur Spaß. Jetzt... Jetzt war es nur Spaß. Klar. Vorhin noch so voll... Mit das Messer schon rausgezückt, ne? Äh... Lasst du in Ruhe stehst dich ab, Alter. Und jetzt ist nur Spaß. Ah, ne. War nur ein Jockey. Spaß, siehasi. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wenn frei ist, lädst du mich ein. Jawohl. Jawohl. Ja. Brauchst nicht schreien, Mira. Mira. Alles cool. Ja. Bam, 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 bam. Ich könnte aber... Wo ist SR-Bereich? Ding, 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 ding. Was geht's da? Ach so, das ist global. Sorry. Ähm, Club. Wie geht's? Guck mal, hier, Stefanie. Gleich wieder hier. Smalltalk. Ähm. So. Dann. Mali. Pass auf. Pass mal auf, Leute. Mali. Und dann. Dann machen wir noch Steve. Und dann gehen wir Championat. Das sind 10 Minuten. Ich muss mein Pferd noch wechseln. Dann machen wir jetzt mal eben Mali. Laila, du bist total geil. Äh. Mit Kuh aber. Also Quail. Du bist wirklich richtig Quail. Ja, ja. So ist das. Die Laila. Da muss ich jetzt nochmal... Muss ich nochmal... Muss ich nochmal nachgucken, wer jetzt die... Wer jetzt die andere war. Also die... Auf jeden Fall die Luisa Crazy Forest ist schon die Luisa Crazy Forest. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Ähm. Aber da war doch noch die zweite. Dann muss ich nochmal... Müssen wir mal nachrecherchieren, wer das jetzt genau war. So. Kommt schon. Wir machen hier Malis Springdödel-Ding. Und dann könnten wir vielleicht vom Championat noch Steve schaffen. Steve könnten wir noch schaffen, oder? Und dann wird es ein bisschen... Ah, wir könnten ja mit dem Transporter. Dauert ja auch nicht allzu lang. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken, wie der zu hinhaut. Nicht wahr? Und ob das so gut geht. Und ob das so passt. So. Ah. Rechts Curve. Und Langs Curve. Was reitet sie denn hier? 15. Level 15. Ist das nicht Maximalstufe? Welche Stufe kann Pferd denn haben? 16? 15? 15, oder? Du kannst doch hier nicht in einer Level-Runde mit einem nicht gelevelten Pferd... Ah, ich kaufe euch jetzt an allen Star-Coins, damit ihr euch neue Pferds kaufen kannst. Wartet, glaub. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr hier mit voll gelevelten... Ja, genau. Die meine ich ja. Ja, Luisa. Genau die. Die Luisa meinte ich. Da habe ich ja vorhin schon drüber geredet, dass du das bist. Aber du hattest nicht zugehört, weil du noch nicht im Stream warst. Ähm, ja, ja. So ist das. Die Luisa. Die einzigartige, oft kopiert, selten erreichte Luisa. Oder nie erreicht. Äh, fast schon. Komm, wir machen jetzt mal noch... Wir machen nochmal eine Speed-Runde Steve, oder? Schaffen wir das? Komm, das schaffen wir. Leute, los. Ok, ok. Power to the... Ne? Ja, Antriebswelle. Sollten wir doch... Sollten wir doch wohl hinbekommen. Dann nochmal eben ein schnelles Steve-Rennen, oder? Ist euch das zu heikel? Wird euch das zu knapp? Sag mal. Schreibt mir hier... Schreibt mal rein, ob euch Steve zu knapp wird. Oder nicht. Aber das hauen wir noch durch, oder? Äh... Ja, gut. Komm, das hauen wir noch durch. Oder? Das geht doch, oder? Komm, schnell, schnell, schnell. Los, 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 los. Jesus, ich hoffe, das schaffen wir. So, was... Ja, gut. Das dauert vielleicht eine Minute. Dann noch schnelles Pferd-Level eine Minute. Transporter fahren eine Minute. Dann vom Transporter zum Championatsplatz. Ja, das kriegen wir schon hin. Mal gucken hier, ob ich Layla schlagen kann. Also ich meine jetzt reittechnisch. Hö, ne? Ja. Ach Gott. So. So. Schneller. Schneller. Myra ist auch da. Die bietet sich hier mit mir ein hartes Run. Und dann... Opa. So. Myra holt aber nicht auf. Ich glaube nicht, dass sie es schafft, noch an mir vorbeizuziehen. Gut, dass wir da beide gesprungen sind. Wenn sie nicht gesprungen wären, dann hätte sie mich wahrscheinlich eingeholt. So. Hier gut die Kurve nehmen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das sollte eigentlich ganz gut passen. Super war das. Da ist ja Perky. Ja, ja. Da ist er schon. So. Yeah. Perky ist da. Und jetzt schnell rein da. Zip. Ich muss ja eigentlich nur das andere Pferd umsteigen. Das ist ja schon... Das steht ja schon... Darky steht ja schon da. Da fertig... Eingewickelt wollte ich schon fast sagen. So. Mal gucken. Habe ich eigentlich noch ein ausgeleveltes Pferd? Ja, Winter Madness könnte ich euch auch nehmen. Aber ich nehme mal Darky. Darky war so erfolgreich jetzt im Silverglade-Championat. Da wird das schon... Hoffentlich. Aber ich hasse das Fallgroove-Championat ja wie die Hölle. Ja, wie die Pest. So. Aber wir werden es uns schon irgendwie anschauen. Wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Der Spaß. Da bin ich mir fast... Fast sicher bin ich mir da. Ich brauche jetzt keine Einladung, weil wir machen jetzt E-Championat. Aber nur noch 5 Minuten. Warte mal, jetzt kann ich mal schnell noch nachgucken im Postkasten. Wer denn die andere Kameradin war? Sup. Julia Crazy Night war das. Oder? Julia Crazy Night war das. Ich wusste es doch, dass die beide so einen ähnlichen Namen haben. 4 Minuten, guck mal. Da haben wir es ja eigentlich ganz gut hingekriegt jetzt mit der Zeit, das so zu timen. So, da kommt hier die Pecky-Screaming-Gruppe an. Was? Fahrgauf-Championat? Blablabla. Blablabla. Blablabla.